Hi meine Lieben, ich habe diesen coolen und sehr stylischen Thermobecher auf Amazon gekauft und muss dazu sagen, dass ich ausgesprochen überzeugt von ihm bin. Da ich ein Kaffeefreak bin und immer immer Kaffee bei mir haben muss, ist dieser Thermobecher perfekt für mich geeignet, weil er bis zu 4 Stunden meinen Kaffee warm hält und dazu auch nur 19,99 Euro kostet. Er ist sehr einfach zu öffnen und zu schließen. Wie ihr seht, auslaufsicher und für die Spülmaschine auch geeignet. Super Qualität aus Edelstahl, rostfrei und auch ein cooles Design. Ich bin von den Thermobechern überzeugt und würde ihn auch sicher weiterempfehlen.